Wenn man im Museum B.L. auf Besuch ist, kann es manchmal sein, dass man laut Rattern hört. Aber woher kommt denn das Geräusch? Ja, das läuft ja wie am Schnurchen hier. Und wer ist denn das? Ich bin das Elsbeth. Die Elsbeth heisst im richtigen Leben Regula Schöni und ist Schauspielerin. Im Atelier des Museums B.L. verwandelt sich die Regula zur Heimposamenterin Elsbeth, die Seidenbandwerberin aus dem Feufliebertal. Sie nimmt uns mit ins Baselbiet der 40er Jahre. Die Ausstellung Seidenband im 3. Stock wird zu ihrer Stube in Rheigolzwil. Ja, grüße ich miteinander. Schön seid ihr gekommen. Weiss sie echt, dass ihre Bänder sogar bis nach Paris, Mailand oder New York exportiert werden? Das ist ihnen lebendig. Das ist eine gute Ausstellung. Verst du in Rheigolzwil.